Was geht da weg ein Schädchen? Willkommen zurück zu der neuen Folge Jumble in Hey! Oh ich bin Detektiv! So Freunde! Wer war das? Wir sind auf 7, ich glaube da ist ein Detektiv richtig. Ich werd direkt beschossen Alter! Stimmt! Komm wir arbeiten zusammen, wir verteidigen die Tür. Ich glaub Chris hat die Lohr und die Hände fallen alle ab. Ich glaube auch. Ich hab nur aufs Peder geschossen. Den Detektiv. Ja, weil ich dachte wir restarten, weil Detektiv halt falsch sind. Das ist die Bonusrunde, die gibt's öfter. Das ist nicht das erste Mal. Da hat jeder einfach weggemacht. Christian ist es! Christian! Du bist das! Du hast den einfach weggeschrotet. Schön. Wir haben gleich noch einen Gegner, Bram. Hallo! Ja ich weiß, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier noch anbauen. Ja ich bin dabei. Ich baue hier auch so. Die Pflanze ist zu schwer, die kann ich nie aufheben. Ich bin zu schwach. Du musst sie so über den Boden schreiben. Achso. Achso. Du musst sie so ziehen. Okay. Er lebt jetzt noch. Bist du auch? Bist du der andere Trader? Ne, ja oder du? Ey! Da kommt der an! Schnell! Bram! Töt ihn! Boah, das ist die Asi, ey. What the fuck? Was war da denn jetzt los? Ich hab bis zum Ende gewartet, mein Freund. Fehler, was du für ne Scheiße? Wie? Christian hat mich am Anfang runtergeballert und hat dann seine komische Willow Ausrede benutzt, dann dachte ich kann ich mit dein Golden Eagle auf mich ballern. Und dann stirbst du, weißt du, dann hättest du ja wenigstens was sagen können, du du. Weißt du, dann dachte ich natürlich, okay Christian hat dich gerade gemacht. Seit wann spielen wir denn mit Detective? Weil wir sieben sind. Ja, bei sieben Leuten. Das tun wir doch nie. Doch, bei sieben spielen wir mit Detective. Ja, okay. Ich glaube auch, wir haben dir. War schon gut. Nicht schlecht, Christian, wenn du den Trailer gewesen wärst, wär's noch besser. Ja, wie oft hab ich schon mit Detective gespielt? Ah, lass mich überlegen. Gar nicht, weil ich nicht da war. Ne, das würde mich wundern, weil du musst dabei gewesen sein, wenn wir zu sieben spielen. Vielleicht war Christian auch nur mit dem Pfoten an der Decke. Wunderbar. Was ist das denn hier? Aha, aha, du Schlängel. Guck mal, wie er darauf gewartet hat. Warum wusstest du, dass ich direkt da um e Ecke stehe? Weil du Jay bist. Ja, 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 ja. Schön am abgecheckten jetzt hier. Oh, oh, ich hab nen geheimen Knopf gedrückt, den ich selber noch nicht kannte. Was passiert jetzt? Was hast du in deiner Hand? Da passiert was. Schneeball, Schneeball. Mach keinen Quatsch, dann schmeißt du das. Du hast den Schneeball in der Hand. Du hast aber auch irgendwie so ne kleine Pistole, Es gibt bestimmt noch mehr Knöpfe, um diese Art. Nardosch, hast du deine Bärenfalle schon nicht? Oh ja, komm. Wohin? Das sag ich nicht, du solltest aber sehr vorsichtig sein. Nardosch? Wer war das denn? Christian, komm schon. Lauf mal vor. Soll ich in meine Bärenfalle laufen? Du hättest auch was sagen können. Ich hätt mich auch nicht bewegt. Alter, wie riesig dieses Ding hier ist. Ich glaub nicht, dass das riesig ist. Das Spiel ist rigged, ey. Da hab ich ne Bombe hingelegt. Ey, Detektor, ich hab ne ganz heiße Spur. Hier liegt sogar Blut. Ich hab ne ganz, ganz heiße Spur. Ich weiß, ich glaub ich werde gleich erschossen. Die ist immer an deiner Nähe. Es gibt einen Übeltäter, der einen relativ kurzen Namen, aber nicht den kürzesten. Oh noo! Ich glaub Jay meint der. What the fuck? Was war das denn? Du hast doch selbst die kleine Disco in der Hand gehabt. Woher weißt du das? Woher weißt du das, hä? Ich bin hier Kopfgeldjäger. Du bist Kopf... Ach du, das stimmt. Deswegen mit der Diegel. Christian? Okay, okay. Ich bin ein Pister. Reimt sich auf... Christian ist es! Ich hab Christian gemacht. Ach da ist die... Du Arsch! Christian ist... Er hat ne Messer in der Hand gehabt. Er war Traitor. Ist wiedergekommen. Christian ist wiedergekommen. Hallo? Habt ihr da nen Indiz an die Hand gewollt? Ja, okay. Sepp ist es hier ein Böse. Sepp ist es... Er hat mit der Diegel verkackt. Was heißt der? Steh doch da! Ach so, Leute. Steh doch da. Okay. Ich muss... Moment. Ich muss dem Auftrag kurz nachgehen. Ups. Was heißt das? Das ist ein ganz geheimes Zeichen. Wieder ein Gangsymbol an jemanden geschrieben. Frösche! Alter, Frösche! Legg mir am Arsch. Leben denn? Christian ist jetzt auf einer Vendetta unterwegs. Aber wer ist sein Partner? Und wer ist der Einzelgänger? Das ist ein... Ach komm, Daniel. Jetzt kannst du doch mal anfangen, die Leute wegzumachen. Er lebt also noch. Mann, wo bist du denn? Kann man Detective zu nem Ding ins Schießen? Zu nem Sidekick? Äh, ja. Das wär lustig. Das wär echt gemein. Wenn das jetzt passiert wär. Mann, Mann, Mann. Die Leute sind ja Frösche. Ich glaub. Oh shit, aua. Die sind ja Frösche. Stellt euch mal vor, der Dete wär jetzt Sidekick. Ist das möglich, Peter? Er labert doch keinen Bullshit. Der Dete sagt aber auch nix. Mann, Peter, sind wir ein Team? Bist du Inno? Haut drauf an. Wirst du Inno? Ja. Dann nicht. Hast du nicht hier unten so viel Blut? Alter, lass uns jetzt zusammen sein, Mann. Hast du nicht hier so viel Blut? Sag dir, er hat sich mit dem Shot genommen. Ey, 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 ey. Was wollt ihr? Ich kenn das da, du Augenblick. Okay, Auslau... Oh, Gott. Peter. Okay, pass auf. Wehen jagen dir? Ist Sepp wiedergekommen? Christian. Nein. Wie sollt ihr wiederkommen? Ich war nie tot, Peter. Christian und wenn Sepp nicht... Ich dachte, wir gehen da jetzt durch. Wieso war die nicht hier durch? Hinter uns! Christian ist hier! Christian ist hier! Aber der Hörst du! Ich hab ihn! Na, komm! Sepp! Sepp! Der hat irgendwas an... Bist du gestorben? Bitte was? What the fuck? Er ist gestorben. Hurra... Lebst du noch? Whoop! Hurra... 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 Also, Sepp... Ich weiß nicht, was ich davon jetzt halten soll, ne? Hurra... 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 Herr Peter, wo bist denn du so? Ja... Irgendwo am Spawn... Hurra... Hurra... Also, mein Schaf hat leider nicht geholfen. Du bist leider nicht rausgekommen. Hurra... Hurra... Ich höre hier Türen... Oh Gott, da bist du! Oh, du kommst auch wieder... Was? So weit geht das? Ich bin extra weit weggerannt. Mann! Wieso muss ich mich denn mit dem Scheiß? Ja, weil ich dann bei Dalu schon versucht hab, dann hat das geklappt. Ich wusste, dass er da gar nicht... Ich dachte, dass sich am Anfang gecallt hat, aber... Musste mir doch auch Hinweise geben! Ich hab ein P an die Wand geschrieben und das Geile war, was heißt das? Ja, was hast du beschrieben? Ein P an die Wand. Ja, das sah aber nicht aus wie ein P, das sah aus wie ein Kreis, der irgendwie einen Schlaganfall hatte. Ich wollte es dir teigetreu halten. Au! Au! Dados! Alter, hier ist schon einer direkt gestoppt. Dados, hast du eine Fakeleiche hingelegt? Noll! Nein. Da war Sepp. Alter, ich dachte schon, Christa hätte gerade Dalu erschossen. Noll! Da war... Ich glaube, das ist eine Fakeleiche. Das... Sepp lebt noch! Ja, Sepp lebt noch! Was merkst du denn? Du hast nichts gesagt zu deiner Fakeleiche. Warum machst du das denn nicht? Ja natürlich nicht, weil die gerade erst revealed wurde. Aha. Weil die gerade erst revealed wurde und der Witz noch nicht durch war. Ja, ja. Der hat sich bestimmt nicht geändert. Der ist bestimmt Traitor. Kannst du nicht heilen, Bram. Heil die nicht! Sonst hätte ich da Bram direkt abgeballert. Ja, aber das ist die Standardeinstellung Traitor. Egal ob du Traitor bist oder nicht. Bram kannst du nicht heilen. Peter! Du bist aber auch ein Schlingel heute, ne? Alter, gehst du mir auf den Sack! Ey, was willst du von mir? What the fuck? Wer war das? Wer war das? Ich bin schneller als du. Sepp, ich bin schneller als du. Sepp, du legst da noch mal tot. Was war der denn? Das ist Fakeleiche, war der. Wow, Bram. Das ist immer noch die Fakeleiche. Aber es gibt noch einen anderen Faker. Der ist doch gleich noch mal tot. Das ist so richtig dann. Ne, ich bin noch mal. Kann er nicht. Dadosch. Der kann doch mehrere Leichen haben. Ja klar, ich habe mehrere Leichen als du früher. Alter, Dadosch. Wie war das du bei Jay? Wir haben noch was offen. Weil Jay ist dann okay. Ja, siehste. Mach ihn weg. Jawohl, Jay. Der hat Dadosch gerade weggemacht. Ey, Bram. Was denn? Was hast du denn da für mich? Ich setz mal 80% auf Jay, ja. Alles klar, komm. Komm, weißt du, ich mach das jetzt einfach mal. Sei vorsichtig, der Detective kommt. Oh, da hat einer die OP schon wieder. Ich bin entdeckt worden. Wait. Peter! Bram, hast du jetzt mal den Fall gelöst? Moment. Oh shit, Jay! Warte mal kurz da, du! Hat dich jetzt der Jackal erschossen oder wollte er mir helfen? Ich hab Jay erschossen, weil der warte doch. Der hat Dadosch mitgemacht. Achso, dann ist es okay. Ich hab kurz Angst. Da heilt einer. Peter ist doch noch der. Ja, Peter und Jay leben dann auch noch. Okay, was ist... Nee, ich versuche es gar nicht erst. Dadosch hat mich abgefuckt. Er musste leiden. Das war alles. Das war das Wichtigste. Christian, wo bist du? Wenn du Inno bist, wäre das eine gute Info. Keine Arsch. Scheiße. Wie geht es dir denn? Mir geht es super. Okay, nice. Ja, deswegen kommt auch gerade der Krankenwagen. Ja. Das ist bei mir. Achso. Das ist bei mir. Okay. Oh Gott! Was hab ich hier denn? Okay, Moment. Da. Ja? Na? Ja? 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 Na? Ja? Der ist direkt! Ja, nein, genau! Nein! Scheiße! Jawoll! Easy Game! Sehr gut gemacht, Peter. Sehr gut gemacht, Peter. Peter nicht so aggressiv! Ja, ich dachte nur so, Scheiße! Der ist direkt neben uns! Ich war unsichtbar, du warst gar nicht tot. Ich dachte, du wärst tot und dann hab ich extra so darauf gewartet, dass deine Zeit abläuft und dann dachte ich, er hättest dich wiederbelebt, weißt du? Ich bin einfach wieder sichtbar geworden und ich hab dann nicht mal selber gecheckt, das ist das Problem. Ich hab doch so gesagt, wieso kann ich dich schießen? Ey Dadosh, warum machst du ruhig plötzlich? Naja, du hast halt deinen Pussy-Digel benutzt, ne? Da ist man so nett zu Peter und dann meckert er mich an. Ach, nur weil ich auf diese scheiß Hand geguckt hab. Dalu ist einfach... Da war ich nett und freundlich, aber... Dalu, du bist doch ein Guter, oder? Ja, warum? Du solltest hier nicht drüber gehen, warte, ich markier das mal. Da wär ich zweimal fast reingehauen. Oh Gott! Dadosh! Dadosh! Nee, 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 nee. Aber an der Seite kannst du da drüber, oder? Ja, an der Seite, ja. So, ich hab's markiert, damit wir wissen, wo das ist. Okay, was kauf ich mir denn als Detective Schuh? Oh, Peter! Also die Goldendiegel, hast du ne geile Kopfgeld-Digel? Ja, hab ich. Die ist aber nice. Die ist aber lecker. Ja, find ich auch. Da kommt der kleine Bram. Bist du denn für ne Klasse? Okay. Nee, nee, nee. Was für normale Diegel? Ja, Inno, oder? Äh, nein. Ich hoff Goldendiegel wirklich. Ja, sicher? Dann würd ich nicht auf mich fangen. Dann würd ich nicht auf mich fangen. WTF, Alter? Okay, dann schieße ich auch nicht auf dich. Hey! Fuck you! Das war der Dinte, das war nicht ich. Komm wieder. Nee, sorry. Das war heute schon wieder. Ich werde verfuckt! Man wird gemobbt, wenn man Kopfgeldjäger ist! Was macht denn Mini-Me da die ganze Zeit? Na, aber es geht ab, baue ich. Ah, es geht ab. Warte, hab ich denn noch? Der ist ja auch mutig, ey. Ich bin weg! Warte mal, kann ich eigentlich... Jetzt war es nur so blöd gefragt. Ich bin die Einungsset. Als Kopfgeldjäger, kann ich da den Detective killen? Stimmt, das ist ne gute Frage. Nein, machst du nicht, Peter. Wieso sind hier so viele Leute? Das wird gleich hart eskalieren hier. Disco! Das ist bestimmt ne Kombulator. Das ist der Heilige! Das kann auch ne Kombulator sein. Was ist ne Kombulator? Christian hat was geworfen, was Böses. Ey, ne Bienenbombe! Christian, Alter! Wer war das denn? Christian! Das war Dalu, oder? Ich hab sie doch voll gefressen! Christian, was? Ach, deine Mutter hat gefressen. Nein, ich bin hier! Hast du jetzt alle gekillt einfach, Sepp? Ich hab nur Christian getötet. Brenn, mach, brenn! Christian war Traitor. BRAM! Was ist hier los? Geht mal weg! Geht mal weg! Geht mal weg! Jungs! Alter, hier sind die Biene! Einer von uns vier ist noch... Bram! Ne, ne. Leute, lasst mich rein! Ich krieg die Biene nicht kaputt! Bram kommt wieder, Bram kommt wieder! Nein! Wer ist denn der Böse? Nein! Dalu, Bram kommt wieder! Bram kommt wieder! Oh, Bram, da musst du ein bisschen aufpassen. Bram ist schon wiedergekommen. Ich bleib hier oben, ich geh noch nicht mal nach unten dazulegen. Ne, Christian ist wiedergekommen. Okay. Okay, Jungs, lass zusammenbleiben. Easy game. So, ich muss mich einfach mal eben heilen. Dalu ist so ruhig. Der macht gleich was! Nein! Ich hab Angst, dass du mich verfolgen. Lass bei Dalu bleiben! Okay, lass mal... DALU! Oh! Nein! What make'n hier da? Hab ihn! Oh, lol, nice! Oh, Mann! Du warst mag! Ich hatte immer noch aus, dass du Schakal bist! Ne, ne. Okay, das hätte natürlich sein können. Das stimmt. Holy moly, ey. Das war jetzt aber Stress. Ich wollte die Biene aufheben, ich dachte, die hätte mehr gedroppt, aber die war noch scharf und ist dann genau in meiner Fresse hochgekommen. Und dann, Talo hat die geborgen. Und sie angekuckt. Du hast sie auch fein gelassen, ja. Willst du das ziehen, halt? Oh, hier liegt eine Bienenbombe und dann... Ich hätt dir das zugetraut, dass du die da hinlegst. Vorsicht, Titania! Oh, halt ab! Ich bin direkt tief. Auf einer der Treppen ist eine Bärenfalle. Oh, Alter. Okay, dann sag mal, das war toll. Dann würdest du erst durchkommen? Ja, würd ich gern. Tordop ist nice. Wo ist die? Auf... Ey, Dardosch, sind wir ein Team. Am Ende des Ganges. Oh, Mann. Auf einer der Treppen. Okay, ich hab's jetzt laut und deutlich gesagt. Du gibst denn niemals? Nein, ich gib dir noch ne Chance. Dann bist du Traitor oder Jakar. Ey, darf ich auch meine Sache mit dir benutzen? Das kann ich mir nicht vorstellen, Dardosch. Du kommst doch gerade. Dardosch! Peter! Die Falle sind schärf. Oh, nö! Oh, nö! Wo bist du jetzt hin? Aua! Bleib bei mir, Schatz! Oh, ich kann mal hallo. Oh, nö! Oh, nö! Oh, nö! Warte, ich kann dich vielleicht retten. Ja, ja. Ich bleib hier und... Nimm die Waffe weg! Als böse. Ja, ist weg. Hä? Ich kann nur einen Innocenten treffen mit einer Bärenfalle? Ja, ja. Du kannst doch mehr Innocente treffen als böse Leute. Ja, ja. Aber deswegen hab ich das ja angesagt. Was soll ich denn sonst mit der Bärenfalle machen als Jäger? Soll ich die einfach behalten und nix tun? Sauhörde. Es lädt nach oben auf. Ich hätte sie da bei dem Spawn-Novors. Es war mir, aber. Ja, guck mal, dann ist doch mal eine gute Idee. Ja, guck mal, dann ist doch mal eine gute Idee, ja. Ja, danke schön, danke schön. Okay. Äh, Jake. Ehreloses Stück Scheiße. Achtung, da kommt nochmal. Ich will die noch einmal. Riesen-Riesen-Landanz. Radosch, da musst du dich mal so schnell über Ehre, ja. Radosch, kannst du mich auch kurz heilen? Ich kann dich nicht heilen. Ich kann dich nicht heilen. Feder, nimm die Hampude weg, Mann. Ja, okay, ich nimm die Hampude weg. Ne nehmt dann den Shotgun in die Hand, Alter. Ne nehmt dann den Shotgun in die Hand, Alter. Warum kann ich da das Spiel heilen? Peter geht. Dankeschön. Da ist ihr! Ihr lasst mich da raus! Warum bin ich hier tot denn zwischen euch? Weil das Jay ist. Achso, er hat den Jay gekillt. Ist nicht wichtig. Dalu. Moment, ist der eigentlich confirmed, der Jay? Ja. Und ich bin safe, also so hundertprozentig. Ne, das ist nicht wahr. Er wollte ja immer ein Jakal sein. Warum denn das so? Da hast du schon Jay gekillt? Ne ne, aber er wollte also... Dalu könnte auch noch Jakal sein. Ne, der ist doch wütend! Da ist gerade einer gestorben. Hast du gerade eingekauft? Da ist gerade eine Leiche in mein Sichtfeld geflogen. Ich weiß nicht, wie gerade bei euch passiert. Peter, warum hast denn ihr Pude geworfen? Hä? Ich belebe ihn gleich wieder. Das sah wirklich ein bisschen zu Spishits aus. Der hat eine Pude geschmissen. Lol. Moment, was? Lol. Wieso redet er? Warum hat der geredet? Okay. Also Dadosch und Sepp sind beide dann böse. Was bin ich denn jetzt böse? Weil einer ist Karl und der andere ist Trader. Und Dadosch ja... Ja, danke schon. Jetzt habe ich es erst nochmal in den Text geschrieben. Also ich dachte, Christian würde Jay wiederbeleben, als der... Weil der wollte die Leiche gerade mitnehmen und dann habe ich... Ich dachte... Oh, du warst der letzte Töterricht. Hallo. Nein, nein. Ich stehe die ganze Zeit wieder. Kannst du auch Christian wiederbeleben? Ich töte jetzt... Ich glaube, er ist nicht gestorben. Ich renne da nicht hin. Warte erst kurz. Habe ich jetzt echt nur geschossen? Oh nein. Ich habe einen Fehler... Hä? Ja, jetzt habe ich zwei auf dem Gewissen und das war nicht mal geplant. Hast du gerade den Detektor gemacht? Nein, wir haben den Golden Eagle benutzt. Chris ist der Letzte. Oder was? Ja, Chris... Warte mal. Bist du der letzte Nebene? Oh Gott, ich bin tot. Moment, du bist jetzt nicht auch innocent, oder? What? What? Peter, nein! Du bist jetzt nicht auch innocent, oder? Nee. Okay, wollte ich schon sagen. Das kann jetzt ja nicht sein. Also... Jetzt mal ganz ehrlich, Freunde, ja? Das ist hier strange. Dadurch, du hast doch einen Detektiv gekillt. Wieso bist du nur ein Guter? Das verstehe ich nicht. Also, wer lebt jetzt hier noch? Muss ja... Da ist er denn? Das Spiel kaputt. Oh, da ist noch jemand. Peter... Hä? Deine Leiche lag doch da hinten noch. Peter... Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Okay, was ist jetzt dein Plan? Aua! Mach dich langsam, Möbel! Mach dich langsam, Möbel! Peter... Nein! Nein, nein! Nein, 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 nein! Gut, ich krieg 100 Karma. Ah, sorry, Abraham, aber das war jetzt so nicht geplant. Wieso könnte ich das denn nur sein? Wie kommt Peter aus der Runde mit 15 Punkten raus? Ich dachte, die anderen alle wären tot. Ich dachte, wir wären halt noch zu viel. Und kann aber nicht wahr sein. Wieso könnte Peter noch kein Fall für dich sein? Wieso könnte Peter noch kein Fall für dich sein? Ja, aber wir haben die doch schon gut beschützt, Christian. Warum sneakst du wieder? Da war keiner mehr! Ich war da! Wieso habt ihr Peter wiederbelebt, der euch dann am Ende alle gekillt hat? Irgendwie hab ich gar nichts mehr gerafft. Ja, du hast dich selbst getötet. Hä? Ich dachte, du hättest Dalu getötet. Mit der Golden Eagle auf den Inno gekillt. Ey, Dadosch! Wollen wir teamen? Das ist ein Maul, Alter. Nur weil Dalu so blöder Penner daneben war. Wo ist er denn da? Toll Dalu. Du hast mir alles kaputt gemacht. Und dann dachte ich, der zweite Traitor macht auch einen miesen Move, wenn ich daneben stehe. Ich hab nichts gesehen. Wer hat den Diegelshot gedrückt geschossen? Ich hab immer nix gesehen. Aber wir können ja mal gucken, ob da Renaud in der Decke geschossen wurde. Hier ist kein Einschuss noch an der Decke. Bei mir, bei mir, bei mir. Bei mir, bei mir, bei mir. Und er schießt auf mich, hat mich getroffen. Ja, ich hab's gesehen gerade. Pass auf. Ich hab wirklich Bullshit hab' ich auf dich geschossen. Jay kann fliegen! Jay kann fliegen! Wann ist denn hier jetzt? Ich wollte einer wegmachen! Einer hat auf euch geschossen. Einer hat auf mich geschossen. Einer hat auf mich geschossen. Der hat auf mich geschossen. Der hat auf mich geschossen, der Junge. Was habt ihr denn gemacht? Der hat mich angeschossen. Jetzt hab ich den Platt gemacht. Ja, aber du bist Jack Thal. Oh nice! Du weißt, er geliebt doch! Dann hat er auf selbst geschossen. Nein, Christian! Das war nicht für dich! Oh Gott! Der Schuh war für Jay! Was hat denn jetzt? Christian! Das war nicht... Warte mal kurz! Bist du so schnell, du? Alter! Jaha! Oh shit! Jawoll! 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 Hat er geacet. Mann! Jay wäre schon tot gewesen, wenn Christian ihn nicht gerettet hätte. Christian, es tut mir leid. Jawoll! Ich hätte dir einen Tingle-Header gegeben. Was sieht denn hier aus? Mann! Was ist denn hier passiert? Was ein Chaos rundherum Ende noch! Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen! Alter! Die Folge wird genannt, dadurch statt gewissenlose Schwein! Vielen Dank! Tschüss! 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 configure Untertitelung des ZDF, 2020